Unsere nächste Kandidatin gehörte von Anfang an zu den Leichteren. Und ihr wisst, je leichter man ist, desto schwerer tut man sich mit dem Abnehmen. Das galt aber nicht für sie. Also trotz Schmerzen hat sie immer weitergekämpft, war immer vorne mit dabei. Und sie sah am Ende der Campzeit schon so fantastisch aus. Die Erwartungen sind hoch. Hier kommt sie. Hier kommt Alex. Alexandra kam mit einem Startgewicht von 103,4 Kilogramm zu The Biggest Loser. Alex, sensationell. Also ich habe sie natürlich gesehen, vorher schon, weil ich mit ihr trainiert habe. Aber in diesem Outfit, also wirklich sensationell. Das ist ein ganz anderer Mensch. Alex flasht natürlich total. Aber ich muss sagen, ich habe auch nichts anderes erwartet. Weil von dem ersten Tag an in Andalusien hat sie wirklich vollen Einsatz und volle Disziplin gezeigt. Und man sieht, sie hat es verstanden, worum es geht und hat genauso zu Hause weitergemacht und sieht bombastisch aus. Sensationell. Wirklich, du schaust großartig aus. Also ganz ehrlich, ich wäre vorbeigelaufen auf der Straße. Wirklich. Jeder sieht hier ganz deutlich die Fortschritte, die du gemacht hast. Ja. Was ist für dich selbst der größte Meilenstein? Der größte Meilenstein ist einfach, dass ich jeden Tag zusehen kann, wie es weniger wird, wie ich mich immer wohler in mir fühle. Und ja, ich kann das irgendwie selber noch gar nicht so fassen, dass das mein neues Ich ist. Zurück aus Andalusien belohnt sich Alexandra zusammen mit Schwester Melli erst mal mit einem Shoppingausflug. Meine Laune früher beim Shoppen war sehr deprimierend. Also ich war sehr schnell frustriert, hatte dann keine Lust mehr und bin schnell eigentlich aus dem Laden wieder raus. Wir gehen hier rein und sie greift bewusst nach etwas, was ihr gefällt. Du musst halt immer irgendwie schauen, welche Größe ist erstmal in großen Größen da und dann ging es erst danach zu schauen. Ja, ja. Ich weiß. Was passt. Drauf, aber da langt Ihnen eine S. Die Dame hat gesagt, du sollst S nehmen. Nimm dir jetzt eine S und meinetwegen auch eine M mit. S und M. Ganz ungewohnte Größen für die 33-jährige Erzieherin. Sie sieht so toll aus. Ich bin einfach nur sprachlos eigentlich. Also wirklich überwältigt. Ganz toll. Und es passt alles. Und es ist sogar zu weit. Hier. Das macht richtige Gaudi. Einfach Klamotten anzuziehen und sie passen. Sind tendenziell sogar zu groß. Ja, das ist ein ganz neues Gefühl. Kennt man so nicht oder kenne ich so nicht. Ja, mega. Guck doch mal. Das gibt es ja überhaupt nichts. Oh, die Hose. Ja, wie geil. Das ist noch so unreal, dass ich das bin. Also ich habe das irgendwie vom hier noch überhaupt nicht, ja, verstanden und realisiert. Fällt mir total gut. Oh, ich freue mich. Ich bin so stark auf dich. Ich gehe mit einem total tollen, glücklichen Gefühl aus dem Laden. Ich habe eine Tüte mit einer Hose in S. Ich bin mega stolz auf mich und freue mich, die Klamotten ganz bald jetzt tragen zu können. Was ist für dich persönlich das Wunschgewicht, was du eines Tages haben möchtest? Ja, das Schöne ist, dass ich für mich mein Wunschgewicht schon irgendwie erreicht habe. Eine letzte Frage noch. So ganz persönlich. Bist du noch Single? Ich bin noch Single, ja. Das ist noch gar nicht. Nein. Aber wahrscheinlich, weil du dich nicht entscheiden kannst vor lauter Bewerbern. Das ist ja unglaublich. Oder so viel trainiert hat, dass sie gar keine Zeit dafür hat. Richtig. Oder so. Okay. Keine Zeit. Aber das wird ja dann irgendwann lockerer. Ja. Wir haben noch eine Überraschung für dich. Ramin. Es fällt mir ja schwer, dieses Bild jetzt auszupacken. Scheiße. Das kann man gar nicht glauben. Ja. Schreck. Neben der anderen Alex, der alten Alex in Lebensgröße zu stehen, ist super erschreckend gewesen. Ich war total geschockt. Man kann sich jetzt nur ein paar Wochen, Monate später gar nicht mehr vorstellen, dass ich mal so ausgesehen habe und dass ich so durch den Tag gelaufen bin. Und ich bin froh, dass ich so nicht mehr aussehe. Ich bin froh, dass ich so nicht mehr aussehe.